Und das hat er siegt. Ich wollte sie hergeben. Dann kam ich zur Bodenarbeit und später zur Freiheitsversuch. Das meistert mich hier und mir fährt es bei. Man sieht, dass sie immer wieder oben anlegt, was einfach wieder hart ist. Auch heute noch haben wir unsere Probleme, zum Beispiel mit den Hängen. Da kommt es dann immer auf ihre Laune an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018